Hallo, ich bin ein Infomaniac-Cloud-Server. Und ich ein dedizierter Server. Hey, schau mal, man hat mich gerade geliefert. Au, das auf weh. Und jetzt muss ich das nur noch alles aufbauen. Aber solltest du morgen nicht bereit sein? Äh... Also los, versuch's mit einer Cloud bei Infomaniac. In ein paar Minuten ist dein Server bereit. Der dedizierte Server kommt wieder zurück. Oh ja, bei Infomaniac ist alles viel einfacher. Tschau! Bis zum nächsten Mal.